Achtung, ein wichtiger Hinweis. FITUF Media verwendet ausschließlich Zahlen von öffentlichen Institutionen. Die aktuellen Fallzahlen entnehmen wir aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts, der Bundesregierung, dem LGL Bayern, den Gesundheitsämtern sowie Landratsämtern der Regionen, über die wir berichten. Die Zahl der Intensivbelegungen entnehmen wir aus dem DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts. Alle anderen Berichte stammen aus öffentlichen Quellen, Pressemitteilungen und Presseanfragen. Wir möchten unsere Zuschauer bitten, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und selber zu denken. Und wer unseren Kanal und unsere Tätigkeit unterstützen möchte, findet alle Informationen in der Kanalbeschreibung auf YouTube oder Odyssee. Wir sagen herzlichen Dank hierzu im Voraus. Ja, und schaut auch zu uns in den Telegram-Kanal, tauscht euch aus, informiert euch. Unsere täglichen Filme sowie Sondersendungen, die gibt es auch auf der kostenfreien Plattform Odyssee. Ihr findet FITUF Media auch auf Facebook, auf DLive. Da gibt es unsere Live-Übertragungen. Und wer mit uns in Kontakt kommen möchte, der schickt uns eine E-Mail an fietufmedia.gmx.de. Noch zur Erinnerung, setzt auch weiterhin zusammen mit uns ein Zeichen hier. Ja, unsere neuen Kreationen, unsere neuen Buttons. Und wenn ihr ein Bestellformular haben möchtet, schickt uns auch hier eine E-Mail an fietufmedia.gmx.de und setzt weiterhin ein Zeichen. Hallo zusammen, es ist Mittwoch, der 9. Februar. Herzlich willkommen hier bei FITUF Media und auch heute wieder wie gewohnt für euch. Alles rund um die Corona-Zahlen, Daten und Fakten. Und auch heute wieder der Blick ins DIVI-Intensivregister. 9. Februar, Stand 18 Uhr, der Anteil der Covid-19-Patientinnen und Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Und da liegen wir heute in Bayern bei 11,1 Prozent, in Baden-Württemberg bei 12,3 Prozent, in Thüringen bei 8,2 Prozent und in Sachsen bei 11,1 Prozent. Ja, und zur Gesamtbelegung nochmal im Vergleich zu gestern, 8. Februar 2022. Die deutschlandweite Belegung der Intensivbetten, 2.361 Personen und heute am 9. Februar 2022, 2.352 Personen. Ganz wichtig, die an oder mit Covid-19 auf die Intensivstation liegen. Geimpft oder ungeimpft, man weiß es nicht. Es ist so, dass die Erstdiagnose eine ganz andere sein kann. Kommt ein positiver PCR-Test obendrauf, dann geht man eben in den Anteil der Covid-19-Patientinnen und der Gesamtzahl der Intensivbetten beim DIVI-Intensivregister ein. Das ist eine ganz wichtige Erklärung, denn manchmal kommen die Leute aus einem ganz anderen Grund auf die Intensivstation. Dann der positive Test und dann ist es ein Corona-Fall. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das immer auch, ja, zumindest mal wieder in Erinnerung gerufen bekommt. Jetzt schauen wir noch, was war letztes Jahr auf den Intensivstationen los. Am 9. Februar 2021 20.484 Intensivbetten deutschlandweit belegt und ein Jahr später am 9. Februar 19.189. Auch hier Achtung, das ist die allgemeine Belegung der Intensivbetten. Also da ist wirklich alles mitgezählt. Das sind nicht nur die Personen, die eben an oder mit Covid-19 auf der Intensivstation liegen. Die freien Betten im Jahresvergleich. Letztes Jahr am 9. Februar hatten wir deutschlandweit noch 3.682 Intensivbetten frei. Ein Jahr später am 9. Februar sind es 2.910. Also ihr seht, der Trend ist immer gleich. Weniger Belegung, aber auch weniger freie Betten. Und die Notfallreserve im Jahresvergleich das gleiche Bild wie die ganze Zeit. 9. Februar 2021 10.363 Notfallreservebetten zur Verfügung. Und ein Jahr später am 9. Februar sind es 8.221. Das sind so die Zahlen. Man sieht, das ist immer das gleiche Bild. Weniger Belegung, aber auch weniger freie Betten. Die Gründe kennen wir mittlerweile. Das waren die Zahlen für den Mittwoch, den 9. Februar. Und wir schauen zusammen in die Meldungen. Und da starten wir heute mit einem absoluten Hammer. Und ihr wisst, V2Media ist immer dafür da, dass man nach der Wahrheit sucht. Dass man ja die Informationen aus einem anderen Blickwinkel heraus mal betrachtet. Und wir berichten natürlich aus beiden Seiten. Wir sind eigentlich oder wir versuchen immer in der Mitte zu bleiben. Und man hinterfragt auch jeden Tag, ist man noch auf dem richtigen Weg. Wie schaut es aus? Und heute kommt eine Meldung, recht spät. Aber die ist natürlich sehr, sehr wichtig. Denn die würde eigentlich so einiges aufklären. Aber wie das so oft in Deutschland ist, möchte man diese Information nicht breit streuen. Und deswegen auch hier der Artikel bei der Welt hinter der Bezahlschranke. Und da sieht man mal wieder, dieser Artikel wäre so wichtig als Information für alle Menschen da draußen. Dass der eigentlich kostenfrei sein müsste. Denn da, das ist eine Information, die man braucht, um sich eben ein Bild zu machen, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und diese Frau ist die Entdeckerin der Omikron-Variante. Und sie hat hier ein Interview gegeben. Und dieser Bericht, schade, schade, hinter der Bezahlschranke. Obwohl er so wichtig wäre, dass es wirklich jeder kostenfrei lesen sollte. Ja, sie sagt, man wird mich nicht zum Schweigen bringen. Die Angelique C. war die Medizinerin, die auf die Omikron-Variante des Coronavirus stieß. Erste Patienten behandelte und Entwarnung gab. Das hatten wir auch hier in der Sendung. Aber in Europa habe das niemand hören wollen. Sie sei von Regierungen unter Druck gesetzt worden. Im Exklusiv-Interview spricht sie über ihre Erfahrungen. Also das ist doch wichtig. Das sollte doch raus. Dass wirklich die Regierungen in Europa das gar nicht hören wollten. Und es auch immer wieder versucht haben und auch noch versuchen, natürlich diese Informationen unter Verschluss zu halten. Denn dann würden natürlich viel mehr Menschen sich eine ganz andere Meinung eventuell bilden können. Und hier sieht man, das ist wieder ein klassisches und ein typisches Beispiel, wie man eben solche Sachen stoppen möchte, unterdrücken möchte, verheimlichen möchte. Und eben dann auch die Entdeckerin dieser Variante zum Stillschweigen verpflichten möchte. Aber sie ist Gott sei Dank so taff, dass sie es nicht tut, dass sie weitergeht. Und dafür muss man ihr natürlich wirklich danken für solche aufrichtigen Personen. Ja, was gibt es heute sonst noch in der verrückten Welt da draußen? Der Herr Scholz zur Impfpflicht im Gesundheitswesen. Gesetze sind einzuhalten. Das ist der Wink nach Bayern an den Herrn Söder in der Debatte um die Impfpflicht für Pflegekräfte und Gesundheitspersonal. Sicher Mittwoch in Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD eingeschaltet, erfordert den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, um die Bundesländer auf geltende Gesetze einzuhalten. Unterdessen ist weiter offen, wie Länder und örtliche Behörden die Regelung konkret umsetzen sollen. Also auch hier wieder klassisches Beispiel. Man hat es beschlossen, keiner weiß, wie es überhaupt dann umgesetzt werden soll. Und Scholz ließ den stellvertretenden Regierungssprecher, den Wolfgang Büchner, erklären. Wir gehen davon aus, dass Gesetze eingehalten werden. Das ist eine der Vorzüge des deutschen Rechtssystems. Na, wenn das mal so ist, sein soll. Wie auch immer ihr wisst, ich könnte heute so viel eigenen Senf dazugeben. Aber wir wollen euch ja nicht beeinflussen. Macht euch euer eigenes Bild. Ja, es gäbe eine gültige gesetzliche Regelung, die vom Bundestag und Bundesrat beschlossen worden sei. Und zum 16. März wirksam werde. Zu diesem Stichtag müssen Beschäftigte unter anderem in Pflegeheimen, Kliniken und Behinderteneinrichtungen nachweisen, dass sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Und der Söder hat am Montag ja angekündigt, die Umsetzung der Impfpflicht werde in Bayern zunächst ausgesetzt. Und dies unter anderem mit drohenden Personal in Engpässen begründet. Und seitdem hat sich der Streit zwischen den Bundesländern und mit dem Bund verschärft. Und auch der Herr Söder hat sich jetzt mit einigen verspielt. Also die Diskussion ist hitzig. Und wir freuen uns heute wirklich schon auf die nächste MPK am 16. Februar. Und ja, Impfpflicht, die könnte eventuell ab Oktober kommen. So zumindest heute im Bild ein Artikel in der Bild. Eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18, sofern es im Bundestag eine Mehrheit dafür gibt. Nach den Vorstellungen einiger Abgeordneten ab dem 1. Oktober in Deutschland gültig. Ja, wir streben an, das Gesetz in der zweiten März-Hälfte im Bundestag zu beschließen. Also ihr seht, die geben da schon richtig Gas. Und nach einer mehrmonatigen Frist für Beratung und nachgeholte Impfungen soll die Impfpflicht dann am 1. Oktober greifen, sagt die FDP-Politikerin, die Marie-Agnes Strack-Zimmermann, den Zeitungen der Funken Mediengruppe. Strack-Zimmermann gehört zu einer Gruppe von Abgeordneten aus SPD, Grüne, FDP, die sich für eine Impfpflicht ab 18 stark machen. Und zuletzt waren immer mehr Details ihres Vorschlags bekannt geworden. So sprach sich die Parlamentariergruppe in einem Eckpunktepapier dafür aus, dass die Impfpflicht mit drei Impfungen erfüllt und bis Ende des nächsten Jahres befristet sein soll. Die Krankenkassen sollen dem nach ihre Versicherten informieren, über ein Impfportal den Impfstatus dann abfragen und diesen speichern. Ja, und in einem dritten Schritt sollen die Kassen dann diejenigen Personen, die an die Kommunen eben melden, die keinen Impfnachweis vorgelegt haben, sagte die Strack-Zimmermann. Und die Gesundheitsämter würden dann einen Impftermin anbieten. Auch interessant. Und wer ihn verstreichen lasse, müsse mit einem Bußgeld rechnen, sofern er sich nicht innerhalb von vier Wochen doch noch impfen lasse. Auf diese Weise wird es mit Sicherheit gelingen, mehrere Millionen Ungeimpfte zu erreichen. Ja, und in dem Eckpunktepapier hatten die Parlamentarier bereits klargestellt, dass zur Not auch mehrfach Bußgelder verhängt werden könnten. Auf sogenannte Erzwingungsaft soll er aber verzichtet werden. Ziel der Impfpflicht soll es aus Sicht der Abgeordneten sein, die Gesellschaft und das Gesundheitswesen vor erneuter Überlastung zu schützen und rechtzeitig vor dem nächsten Winter eine hohe Grundimmunität aufzubauen. Und auch hier seht ihr, das sind alles genau diese Resultate, dass man eben jetzt die Entdeckerin der Omikron-Variante zum Schweigen bringen möchte, dass sie nicht sagt, hey, dafür braucht es keine Impfung. Das hat es in dem Entdeckerland eigentlich auch nicht gehabt. Aber um das genau voranzutreiben, diese Impfpflicht und so weiter, werden diese ganz, ganz wichtigen Meldungen einfach versucht unter Verschluss zu halten. Und der Herr Lauterbach hat sich dazu auch geäußert. Und zwar, ja, man muss schon sagen, sehr, sehr herablassend und unverschämt. Und ich frage mich jetzt einfach nur, das ist auch meine Überschrift, wer hat die besseren Nerven? Denn hier titelt die Welt in Deutschland reicht es nicht, den Ungeimpften auf die Nerven zu gehen. Da muss man mehr tun. Deutschlands Gesundheitsminister unterstützt eine allgemeine Impfpflicht deutlich, dass es hierzulande noch keine schnelleren oder schnellen Lockerungen gibt. Und läge vor allem an den vielen Ungeimpften zur Pandemiebekämpfung trifft Lauterbach die nächsten Tage, die nächsten zwei Tage anderer EU-Minister. Ja, er ist gerade unterwegs. Bundesgesundheitsminister Lauterbach dringt auf eine baldige Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Das wissen wir. Und dann sagt er, in Deutschland reicht es nicht, den Ungeimpften nur auf die Nerven zu gehen. Da muss man mehr tun, sagt Lauterbach in einem AFP-Gespräch vor einem Treffen der europäischen Außen- und Gesundheitsminister. Ich bin ein ganz klarer Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht, betont er der Minister. Die entsprechenden Gesetzesanträge unterstütze er. Eben, auch das ein Resultat aus fehlender Information. Lauterbach bekräftigt seine Kritik an der von Bayern angekündigten Aussetzung der Impfpflicht in der Pflege. Ja, das gibt das vollkommen falsche Signal, dass die Proteste der Impfgegner und Querdenker bedeutsamer sind als der Schutz der älteren Menschen, sagt der Lauterbach. Und der Rückzieher von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder habe ihn bestürzt, sagt er in diesem Interview. Der Verzicht auf schnelle Lockerungen in Deutschland habe mit der großen Gruppe der Ungeimpften zu tun, erklärte der Minister. Bestimmte Dinge, die anderswo möglich sind, sind bei uns noch nicht möglich, weil wir zu Recht Rücksicht nehmen müssen auf ältere Ungeimpfte, sagte Lauterbach mit Blick auf andere europäische Länder, in denen nur noch wenige Corona-Einschränkungen gelten. Nur mal ein Beispiel. England, alles aufgehoben. Schweden, Freedom Day und, 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 und. Und wir haben es ja schon hier in der Sendung gehabt, da sind teilweise ganz andere Impfquoten, wie es uns jetzt der Herr Lauterbach hier verkaufen möchte. Die haben eine weitaus weniger oder eine weitaus geringere Impfquote als Deutschland und aber schon viel mehr gelockert, wenn ich da nur als Beispiel Israel nenne. Ja, und die EU-Minister wollen bei ihrem zweitägigen Treffen in Lyon und Grenoble über eine verbesserte Zusammenarbeit in der Pandemiebekämpfung beraten und Lehren aus den ersten Corona-Wellen ziehen. Ich persönlich glaube, dass wir die Einschränkungen für Kinder schwerer vertreten können als andere Einschränkungen, die wir ergriffen haben, sagte Lauterbach. Die Kinder haben eine sehr schwere Zeit gehabt. Es ist viel Unterricht ausgefallen, deutlich mehr als zum Beispiel in Frankreich und dennoch seien in Deutschland viele Kinder erkrankt. Dies ist etwas, wo wir eine Manöverkritik zulassen müssen, räumte der Minister ein. Was soll man jetzt dazu sagen? Wie oft hat man das hier schon von Fachleuten und Experten gehört? Kinder sind keine Pandemietreiber. Trotzdem wurden die Schulen geschlossen. Mit Blick auf die Sterblichkeit hingegen sei Deutschland bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Ich glaube, dass es in allen europäischen Ländern Stärken und Schwächen gegeben hat und dass wir gut beraten sind, voneinander zu lernen, sagte Lauterbach. Er wolle mit seinen Kollegen insbesondere über die Zusammenarbeit bei der Entdeckung neuer Virusvarianten und bei der Impfstoffforschung und Produktion sprechen. Das ist ganz klar. Und Frankreich hat eine sehr aktive Überwachung von Virusvarianten, von der wir auch profitiert haben, sagte der Gesundheitsminister. Auch in Katastrophenfällen sollten sich europäische Länder gegenseitig unterstützen und Kapazitäten auf Intensivstationen anbieten. Es gibt einen naiven Glauben, dass Varianten immer harmloser werden. Das stimmt aber nicht, gab Lauterbach zu bedenken. Die nächste Variante könnte auch wieder gefährlicher sein. Darauf muss man vorbereitet sein. Ja, Herr Lauterbach, so ist es. Und dann gibt es aber auch noch andere Abgeordnete. Ja, heute in der Bild, ich habe sie gar nicht so auf dem Schirm, aber eine CDU-Abgeordnete Schimke fordert einen Freedom Day. Sie müssen dringend zur Normalität zurückkehren. Meine Überschrift, ja, dann wissen Sie ja, wie Sie abstimmen können, wenn es um zumindest mal die Impfpflicht geht. Und die Bundestagsabgeordnete Diana Schimke, 42 von der CDU, fordert bei Bild im TV den Freedom Day, der heißt Aufhebung aller Corona-Maßnahmen. Am Dienstagmorgen bei Bild Live erklärte sie, dass sie sich für die Aufhebung der Corona-Maßnahmen ausspreche, weil sie nah bei den Menschen sei und sehe, was in diesem Land los ist. Sie klagte, ich frage mich ganz ehrlich, was muss denn noch geschehen, damit wir endlich unser Leben zurückbekommen? Man wisse, dass die Intensivstationen nicht überlastet seien und Omikron nicht so gefährlich sei. Und die CDU-Frau wies auf die Folgen der Maßnahmen hin. Wir wissen, dass die Kollateralschäden in der Wirtschaft bei Kindern und Jugendlichen erheblich sind. Und Politik sei nur so gut, solange sie akzeptiert werde. Schimke erklärt, was wir im Moment erleben, sind politische Entscheidungen, die mit dem Lebensgefühl der Menschen, mit der Lebensrealität der Menschen nicht mehr viel zu tun haben. Wow. Und das ernüchterne Fazit der 42-Jährigen. Dieses Land ist einfach, was das Emotionale angeht, ziemlich am Ende. Und für sie steht fest, und deswegen glaube ich, wir müssen dringend jetzt auch abrüsten bei den Maßnahmen und zur Normalität zurückkommen. Das sind doch mal Worte einer Politikerin. Dann hoffe ich, dass sie genau dieses auch bei der nächsten Debatte im Bundestag und vor allem auch bei den Abstimmungen durchsetzt. Und ja, wenn wir noch von einem Freedom Day träumen, dann ist es in Schweden schon soweit. Die feiern ihren Freedom Day. Schweden feiert Deutschland, hat Lauterbach meine Überschrift. Wir haben die Menschen nicht gespalten, nie Lockdown, kaum Regeln. Professor erklärt, warum der Weg erfolgreich war. Schweden feiert Freedom Day. Ja, wenn es nach dem Herrn Lauterbach geht, haben die Schweden alles falsch gemacht. Nur hier in Deutschland wurde es richtig gemacht. Aber heute feiert Schweden eben genau diesen Freedom Day. Das Land, das seit Beginn der Pandemie keinen Tag im Lockdown war, hat am Mittwoch die letzten Corona-Regeln gekippt. Obergrenzen für Großveranstaltungen fallen weg. Abstandsregeln im Handel. Ebenso selbst zu Stoßzeiten müssen die Schweden in Bus und Bahn keine Maske mehr tragen. Und Bild traf Jan Albert, Virolog und Professor für Infektionskontrolle am renommierten Karolinska-Institut, zum Gespräch und wollte wissen, hat sich Schwedens an die Lockdown-Kurs bewährt? Fragezeichen. Ja, die 7-Tage-Inzidenz in Schweden liegt bei rund 1.700. Die Krankenhauseinweisungen steigen. Trotzdem fallen in Schweden heute fast alle Maßnahmen. Es gibt keine Empfehlung zu Maske tragen, keine Begrenzungen in Restaurants. Warum feiert Schweden trotzdem seinen Freedom Day? Professor Jan Albert, wir sind wahrscheinlich auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle. Natürlich ist das Gesundheitssystem derzeit belastet, aber wir können es bewältigen und die Einschränkungen waren in Kraft, um die Infektionskurve abzuflachen und das Gesundheitswesen zu entlasten. Aber selbstverständlich haben die Einschränkungen auch viele negativen Nebenwirkungen. Zum Beispiel sind aktuell viele Mitarbeiter von Kliniken zu Hause. Aha. Tja, das ist ungefähr das gleiche Bild wie bei uns. Natürlich sind viele Mitarbeiter von der Pflege zu Hause. Deswegen haben wir ja auch immer weniger Betten, obwohl wir weniger Belegungen haben. Ich möchte es nur mal am Rande mit einwerfen und aber nicht nur, weil sie krank sind, sondern auch, weil sie in Quarantäne sein müssen. Ganz genau. Und ich denke, dass der Freiheitstag sich als kluge Entscheidung herausstellen wird. Ich wäre überrascht, wenn er zu dramatisch mehr Infektionen führt, denn die Einschränkungen und das ist ganz, ganz wichtig, denn die Einschränkungen haben gegen die Omikron-Welle nicht viel ausrichten können. In keinem Land. Das sagt der Fachmann aus Schweden zu diesen ganzen Einschränkungen. Und ja, der Druck auch außenrum. Ich meine, Leute, jetzt gibt es immer mehr Fachleute, die genau das auch bestätigen und sagen. Und bei uns in der Politik will das keiner hören. Scheuklappen auf, Ohrenschützer auf und bei uns bleibt es an diesem Weg kleben. Ja, welche Einschränkungen hat ihn persönlich am meisten zu schaffen gemacht, fragt man ihn. Ja, das war wohl die Beschränkung von privaten Veranstaltungen. Meine Tochter musste ihre Hochzeit verschieben, weil wir keinen Raum mieten konnten, um mit mehr als 20 Menschen zu feiern. Jetzt fällt auch diese Regel weg. Und in Deutschland sind die Einschränkungen weitreichender. So dürfen nicht geimpfte Menschen zum Beispiel nicht ins Restaurant gehen, auch nicht, wenn sie negativ getestet sind. Gab es auch in Schweden Beschränkungen für Ungeimpfte? Jetzt sind wir gespannt. Ein wenig. Bei Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern musste ein Impfnachweis vorgezeigt werden. Ich selbst musste meinen Impfnachweis nur ein einziges Mal vorzeigen, aber spätestens seit Omikron war klar, dass eine Impfung nicht mehr vor Ansteckung schützt. Wenn man das so durchliest, ähm, puh, nochmal, aber spätestens seit Omikron war klar, dass eine Impfung nicht mehr vor Ansteckung schützt. Vor schweren Verläufen, ja, aber nicht vor Ansteckung. Deshalb hatten die Impfnachweise keinen sehr großen Nutzen mehr. Das Gute an der schwedischen Strategie war, dass wir die Menschen nicht gespalten haben. Wir haben die Menschen nur in ganz geringem Maße in Geimpfte und Ungeimpfte eingeteilt. Wow. Deshalb hatten wir auch keine großen Proteste. Natürlich haben auch bei uns Menschen demonstriert, die gegen die Maßnahmen waren, aber, oder solche, die härtere Maßnahmen wollten. Aber insgesamt ist die schwedische Gelassenheit zumindest bislang gut durch die Pandemie gekommen. Die schwedische Gelassenheit, die schwedische Gesellschaft. Ja, wenn Sie auf die vergangenen zwei Jahre der Pandemie zurückblicken, war es richtig, dass Schweden nie in den Lockdown gegangen ist. Deutschland hatte drei allgemeine Lockdowns, dazu einen Lockdown für ungeimpfte Menschen. Und dann der Herr aus Schweden, hoffentlich wird die Forschung bald zeigen, welche Maßnahmen gut und welche schlecht waren. Viele Entscheidungen wurden von Politikern getroffen, die Entschlossenheit demonstrieren wollten, aber auch Gesundheitsbehörden hatten oftmals keine Wissensbasis für ihre Entscheidungen. Ah, ich denke, dass Schweden in den ersten Wochen der Pandemie einen besonderen Job hätte tun können. Ja, etwa als es darum ging, Menschen zur Arbeit zu lassen, die gerade aus dem Ausland gekommen waren. Aber ich bin froh, dass wir nie in einem Lockdown waren. Und dann gab es auch in Schweden eine Debatte über die No-Covid-Bewegung, die das Virus ausrotten wollte. In Deutschland haben prominente Wissenschaftler dafür geworben. Jetzt beraten mehrere von ihnen die Bundesregierung. Ja, leider. Natürlich gab es in der Wissenschaft unter Politikern und auch in der Öffentlichkeit Debatten über den Umgang mit dem Virus. Aber die Frage war, wie realistisch ist es, die Infektion auf Null zu drücken und No-Covid zu erreichen. Und für mich war immer klar, dass das nicht machbar ist. Schon bevor wir den ersten Corona-Fall in Schweden hatten, war ich überzeugt, dass ich mich eines Tages mit Covid infizieren werde. Schweden hat Grundschulen nie geschlossen. Im Gegensatz zu Deutschland haben sie in Schweden einen Effekt offener Grundschulen auf die Infektionslage beobachtet. Auch eine wichtige Frage. Es ist schwer zu sagen, wie viele Fälle weniger wir gehabt hätten, wenn wir Schulen komplett geschlossen hätten. Aber das ist nicht die einzig relevante Frage. Schulschließungen hatten große Nebenwirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit von Kindern. Und diese waren vermutlich größer als die Folgen offener Schulen. Ich bin kein Experte in Kindergesundheit, also musste ich Experten aus diesem Bereich vertrauen. Und wie war es, nicht in den Lockdown zu gehen, während fast ganz Europa dicht machte, hatten sie Angst, dass Schweden sich mit seiner Strategie irrt? Natürlich war der Druck und die Unsicherheit hoch, aber schauen Sie, unsere Gesundheitsbehörde ist unabhängig von der Regierung und konnte viele Entscheidungen alleine treffen. Wow! Unabhängig von der Regierung. Klasse! Daran gab es viel Kritik, aber die Zahlen sprechen für sich. Ich habe mir zur Vorbereitung auf dieses Interview die Todesfälle angeschaut. Deutschland verzeichnet pro Kopf nur eine etwas niedrigere Zahl an Corona-Todesfälle als Schweden. Aber schauen wir auf die Übersterblichkeit. Dieser Wert ist aussagekräftiger, weil Corona-Tote je nach Land unterschiedlich gezählt werden. Deutschland verzeichnet in den vergangenen zwei Jahren eine höhere Übersterblichkeit als Schweden. Und der Eindruck, der international oft erweckt wurde, dass Schweden geradezu unglaubliche Todeszahlen hatte, ist falsch. Natürlich gibt es Lehren, die wir ziehen müssen. Wir haben daher eine unabhängige Kommission eingesetzt, die in der Pandemie getroffenen Entscheidungen überprüft. Das ist eine sehr gute Sache. Und sie sagten, dass die Experten ihrer Gesundheitsbehörde die Entscheidungen unabhängig von der Politik treffen konnten. Wenn in Deutschland die führenden Experten über unsere Corona-Politik entscheiden würden, hätten wir wahrscheinlich noch strengere Beschränkungen. Wie erklären Sie sich, dass Schweden-Experten den liberalen Weg wählen? Es gibt kein eindeutiges Richtig und Falsch in der Pandemie. Auch Wissenschaftler entscheiden oft nach Bauchgefühl, selbst wenn sie stets sagen, dass ihre Positionen rein wissenschaftlich begründet sind. Dazu kommt, dass jeder Wissenschaftler seine eigene Persönlichkeit hat, ob es nun der Chef der schwedischen Gesundheitsbehörde oder der Präsident des Robert-Koch-Instituts ist. Das macht sehr viel aus. Experten sind nicht vollständig objektiv und wissen oft auch nicht, was die beste Strategie ist, weil die Wissensbasis sehr schlecht ist. Daher ist nicht alles wissenschaftsbasiert, was Wissenschaftler empfehlen. Bei Politikern ist das vermutlich noch weniger der Fall. Ein tolles Interview. Also Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, tolles Interview. Da sieht man mal, wie andere Länder darüber denken, wie es da so abgegangen ist und wie man dann auch wirklich Zahlen bestätigt, wo hier überall natürlich behauptet wird, Schweden, alles gestorben und er sagt, das stimmt einfach nicht. Man muss es genau, diese Zahlen auch immer in der Realition sehen und aus verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln und nicht nur immer etwas in die Welt raushauen. Ja und auch die Briten sind total verrückt, denn die britische Regierung will Isolation nach positiven Tests abschaffen. Die britische Regierung will die Pflicht zur häuslichen Isolation nach einem positiven Corona-Test noch im Februar abschaffen. Premierminister Boris Johnson sagt am Mittwoch im Parlament, wenn die Infektionslage stabil bleibe, werde er die bisher für den 24. März vorgegebene Abschaffung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte in England um einen Monat vorziehen. Unter der Voraussetzung, dass ich die aktuellen ermutigenden Trends bei den Zahlen fortsetze, gehe ich davon aus, dass wir die letzten Beschränkungen im Inland einschließlich der gesetzlichen Verpflichtung zur Selbstisolation bei einem positiven Test einen ganzen Monat früher beenden können, sagte Johnson. Seinen endgültigen Beschluss will Johnson verkünden, wenn das Parlament am 21. Februar aus einer kurzen Winterpause zurückkommt, dann werde er die Strategie seiner Regierung für das Leben mit Corona darlegen, kündigt der Premierminister an. Die sind verrückt, die rotten sich ja alle aus. Wenn das der Herr Lauterbach hört, um Gottes Willen. Ja, und dann kommen wir zu einem wichtigen Thema heute auch wieder, damit man sieht, wie wird in Deutschland berichtet, wie wird mit Zahlen umgegangen, wie wird Panik gemacht und was ist aber dann überhaupt der Fakt. Der Fakt ist meist ganz anders, als es berichtet wird. Heute berichtet NTV im Ticker 15.57 Uhr erstmals auch mehr Kinder auf Intensivstationen. In mehreren Bundesländern steigt die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen. Einen markanten Anstieg verzeichnen Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und in Sachsen und Sachsen-Anhalt zeigen sich erste Ansätze eines Anstiegs. Der Anteil der Kinder unter 17 Jahren, die mit Corona auf Intensivstationen liegen, beträgt nun erstmals mehr als 2,1% und liegt damit gleich auf mit der nächsten Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen. Und zugleich zeichnet sich ein massiver Anstieg der Intensivpatienten in der Gruppe der über 80-Jährigen ab. Auch 60- bis 69-Jährige und 70- bis 79-Jährige sind vermehrt betroffen. Wenn man diese Zahlen liest, ist alles betroffen laut NTV. Und dann schauen wir uns doch mal die Zahlen wirklich an. Wie sind sie denn? Und erstens mal schon mehr als 2,1%. Sie schreiben erstmals, beträgt nun erstmals mehr als 2,1%. Falsch, es sind genau 2,1%. Ihr seht das, ich habe euch das reingenommen. 0-17, 2,1%. Jetzt muss man aber genau hinschauen, weil, wie viel sind es denn dann? Wie viel sind denn die 2,1%? Ich kann es aber sagen, deutschlandweit liegen von der Altersgruppe 0-17, äh, 0-17, tatsächlich. Also 50 Personen an oder mit Covid-19 auf den 50 in ganz Deutschland. Dann haben wir Altersgruppe, dann die nächste 18-29, ebenfalls 2,1%, sind ebenfalls 50 Personen, die an oder mit Covid-19 auf den Intensivstationen liegen. Dann gehen wir weiter, dann ist es 30 bis 39, da sind es 93 Personen. Dann haben wir 40 bis 49, da sind es 174. Dann haben wir 50 bis 59, da sind es 407. Dann haben wir, jetzt muss ich gucken, was haben wir dann noch, 60 bis 69, da sind es 638. Dann haben wir 70 bis 79, da sind es 544. Und dann haben wir die Gruppe 80 plus, da sind es 377 Personen, die an oder mit Covid-19 auf der Intensivstation liegen. Ganz wichtig, es sind 50 in genau dieser Altersgruppe, wo es jetzt angeblich schon wieder explodiert. und das ist etwas, ein Hintergrund, den muss man wirklich rausbringen und Covid-Intensiv in Baden-Württemberg, das ist nur eine Beispielgrafik. Also das, was ihr hier seht, diese Zahlen sind aktuell Stand 14 Uhr aus dem DIVI-Intensivregister, eben aus der Zahlenreihe, nicht geschätzt, sondern tatsächlich Schnitt 14 Uhr. Und jetzt sagt man, die liegen eben schon wieder mit Covid auf den Intensivstationen. Aber vorher um 2.33 Uhr mitten in der Nacht berichtet auch NTV der Chef des Hausärzteverbandes Ulrich Weigelt, der kritisiert die unklare Datenlage vor allem in den Krankenhäusern. Wir wissen in der Regel nicht, wie viele der Hospitalisierten aufgrund ihrer Corona-Infektion eingeliefert wurden und bei wie vielen es sich um einen Nebenbefund handelt, sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Leider können wir uns auf diese Daten bei der Bewertung der Situation nicht verlassen. Nach zwei Jahren Pandemie ist das ernüchternd. So, jetzt kommt ihr. Also, man sieht doch hier wirklich wieder diese Panikmache. Ich muss noch mal zurückgehen, wie es eben hier getitelt wird. In mehreren Bundesländern steigt die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen. Ja, aber wie viele eben das als Nebenbefund haben, auch von den 50-0- bis 17-Jährigen, schreibt man nicht, weil man es nicht weiß. Bevor man dann aber gar nichts schreibt oder zumindest keinen Panikbericht verfasst, macht man lieber einen Panikbericht und haut auf die Kacke und meldet um 2.33 Uhr mitten in der Nacht, wo keiner einen Ticker durchliest, dass man eigentlich ja gar nicht weiß, wer als Haupt- und Nebendiagnose Covid hat auf den Intensivstationen. Das ist genau, was in Deutschland völlig, völlig, völlig falsch läuft und zwar seit lang. Dann gibt es ein Vorbild Kanada. Franzosen rufen zu einem Corona-Konvoi auf. Ihr wisst, Ottawa ist immer noch voll besetzt mit den Truckern, die gegen diese Corona-Maßnahmen dort ihren Protest ausüben. Nach dem Vorbild der kanadischen Lkw-Fahrer haben Gegner des Impfpasses in Frankreich zu Freiheits-Konvois aufgerufen. Tausende Kritiker der Corona-Maßnahmen kündigen, in Online-Netzwerken an nach Paris fahren und am Samstag in der Hauptstadt protestieren zu wollen. In der Facebook- und Telegram-Gruppen Convoy France offiziell wurde zu einem nationalen Aktionstag aufgerufen, um für den Respekt der Freiheit und der Grundrechte zu demonstrieren. Insgesamt werden sechs Konvois von Autofahrern oder Fahrgemeinschaften angekündigt, die unter anderem in Bayonne, Nizza, Straßburg und Cherbourg starten wollen und am Freitagabend sollten die Demonstranten in Paris dann ankommen. Ein Treffpunkt wurde zunächst nicht genannt. einige, die kündigten an, anschließend nach Brüssel weiterzufahren, um dort am Montag ein europäisches Treffen abzuhalten. Ihr seht auch, es geht in anderen Ländern jetzt auch wirklich Schlag auf Schlag weiter. Ich habe mir lange überlegt, aber ich muss es einfach in die Sendung heute mit reinbringen, denn das, was heute in Berlin passiert ist, da fehlen, also ich, das wird, ich habe lange nach einer Überschrift gesucht, ihr merkt es mir an, mir fehlen die Worte Aufstand gegen Baerbocks Klimabotschafterin, Lobbypersonale sorgt für Entsetzen, Seidenhieb gegen Habeck Titel, heute die Bild-Zeitung, ja was ist da passiert, so schnell kann es gehen, gestern noch war Annalena Baerbock, 41 von den Grünen, hochgelobte deutsche Außenministerin an der Front in der Ukraine und heute bricht Entsetzen über sie herein, denn Baerbock macht ausgerechnet die Chefin von Greenpeace International, die Jennifer Morgan, 64 zu ihrer Klima-Staatssekretärin im Außenministerium, ja Baerbock sprach bei der Vorstellung ihrer neuen am Mittwochnachmittag von weltweiter Strahlkraft, es gebe weltweit keine zweite Persönlichkeit, die diese Glaubwürdigkeit habe, die Außenministerin sprach von Traumbesetzung, Steuerfrau, unser Anspruch ist es eine Regierung auf der gesellschaftlichen Höhe der Zeit zu sein, das betrifft auch das Auswärtige Amt, die Welt ist global und auch unser Personal ist global unterwegs, jubelte sie und die Superlative nahm kein Ende, schließlich wird morgen bei Baerbock für nicht weniger verantwortlich sein als für Deutschlands weltweite Klimapolitik. Ja, deutsche Auslandsvertretungen werden zu Klimabotschaften, Baerbock, wir werden in Zukunft nicht eine Klimabotschafterin haben, sondern wir machen alle 226 deutschen Auslandsvertretungen zu Klimabotschafter in allen Ländern der Welt. Doch im nichtgrünen Berlin entsetzen, denn die Personalie hat es in sich aus mehreren Gründen. Greenpeace ist die weltweit stärkste Lobbygruppierung im Umweltbereich und ist auch in Deutschland immer wieder mit radikalen und teils gefährlichen Aktionen aufgefallen. Jennifer Morgan ist nicht einmal Deutsche, sondern US-Staatsbürgerin, vertritt also künftig eine US-Bürgerin deutsche Interessen. Voraussetzung für die Staatssekretärstelle ist die deutsche Staatsbürgerschaft und morgen, die seit längerem in Berlin lebt, beantragt nun auch die deutsche Staatsbürgerschaft, die deutsche Staatsbürgerschaft. Außergewöhnlich, um nicht zu sagen grenzwertig, selbst der erfahrene Politikforscher Professor Jürgen Falter von der Uni Mainz hat sowas noch nicht erlebt. Falter zu Bild, das ist schon alles außergewöhnlich, um nicht zu sagen grenzwertig. Er glaubt aber, Baerbock mache das mit Absicht. Falter zu Bild, das ist ein offenkundig bewusst gesetztes Signal, wenn nicht gar fanal von Frau Baerbock. Sie holt sich eine der mächtigsten Lobbyistinnen in die Spitze ihres Ministeriums. Dass diese die Rolle der Lobbyistin vollständig aufgibt, darf bezweifelt werden und ist wohl von Frau Baerbock auch nicht gewünscht. Annalena Baerbock setzt ein klares Zeichen auch an Klimaminister Robert Habeck. Sie ist nicht gewillt, die Klimapolitik völlig aus den Händen zu geben. Falter blickt mit Argwohn auf die Herkunft der künftigen Staatssekretärin. Ungewöhnlich ist auch, dass hier eine nichtdeutsche Staatsbürgerin eine solche Position geholt wird und dafür schnell die Staatsbürgerschaft wechseln muss. Wenn der ADAC-Chef ins Verkehrsministerium wechseln würde, der Thorsten Frey von der CDU, erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu Bild, eine Greenpeace-Aktivistin, die offenbar kaum einen Bezug zu Deutschland hat, ist im Auswärtigen Amt schlicht fehl am Platz. Es kommt auch niemand auf die Idee, einen führenden Vertreter von Braunkohle-Verband ins Wirtschaftsministerium zu entsenden. Und Frey sieht ein grundsätzliches Verständnisproblem bei den Grünen. Die würden ihre Umweltlobbyisten für gut, die anderen aus der Wirtschaft für grundsätzlich böse halten. Und ähnlich auch Freys Fraktionskollege der Jan-Marco Lutschak fürchtet, dass sich das Außenministerium zum Handlanger einer grünen Aktivistin macht. Morgan sei als Greenpeace-Chefin für lebensgefährdende und strafbare Aktionen verantwortlich gewesen. Und Lutschak sprach von Bikoterie grüner Personalpolitik. Lutschak zu Bild. Hier wird ganz offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen und zwischen guten und schlechten Lobbyismus unterschieden. Sein Gegenbeispiel, wenn der Chef des ADACs ins Verkehrsministerium wechseln würde, hätten die Grünen voller Abscheu aufgeschrieben. Oder Greta Thunberg zu Habeck. Ja, die Silke Launert von der CSU macht die Personalie sprachlos. Die Bundestagsabgeordnete zu Bild. Was kommt als nächstes? Greta Thunberg als persönliche Referentin von Robert Habeck, genauso wie Politiker, die in die Wirtschaft wechseln, Karenzzeiten brauchen, braucht es Karenzzeiten für Aktivisten, die wichtige Ämter der Regierung beziehungsweise Ministerien wechseln. Es kann nicht sein, dass NGOs unser Land bestimmen und Launert weiter durch. Der Durchmarsch von Aktivismus in die Politik ist nicht akzeptabel und zeigt, dass es nicht darum geht, die Menschen in Deutschland zu vertreten, sondern wie selbstverständlich die Grünen ihre eigenen Ideologien durchsetzen. Und jetzt die nächste Seite von diesem Artikel jetzt. Müsst ihr wirklich stark sein. Nein, noch nicht, aber ich warn euch schon mal vor, der Hammer kommt am Ende. Die Transparenzwender sagen noch, dann ohne Deutschland passt keine Verbeamtung. Kommt die Greenpeace-Chefin überhaupt durch die Sicherheitsprüfung? Wisst ihr was? Die hat so viel auf dem Kerbholz. Sie wechselt jetzt ihre Staatsbürgerschaft. Das wird so durchlaufen in Berlin. Und es wird aber noch nicht das Ende sein. denn das nächste Bild genau, diese Dame ist zusammen mit der Greta Thunberg von dem World Economic Forum, wo der Veranstalter, der Herr Klaus Schwabier ist, zusammen mit der Bahn zurück nach Hause gefahren. Und deswegen ist dieses Habeck-Personalie und Greta Thunberg oder wo auch immer sie die Frau Baerbock vielleicht die Greta Thunberg einsetzen möchte, gar nicht so weit hergeholt. Und ich kann euch da einfach nur sagen, es tut mir leid, aber ich muss da ehrlich sein, das ist wirklich fatal und ich glaube, da kommt es ganz dick auf uns alle zu. Allein diese Personalie und was da dahinter steckt und was da noch alles kommt. Gute Nacht Deutschland. Das ist das Titelbild heute. Ganz, ganz wichtige Info. Die Themen zusammengefasst. Es war heute wieder viel los. Wichtig, wichtige Informationen und ich bin manchmal so außer mir. Ich muss dann einfach mal so kurz Luft holen und ich denke mir heute, was ist in dieser Politik los? Ich meine, dass die schon total bekloppt sind und Entschuldigung, ich muss einen kurzen Cut machen. Gedanken zum Schluss beginnen jetzt und ab jetzt kann ich auch meinen privaten Senf dazugeben und das ist mir heute sehr wichtig. Denn was gerade in Berlin los ist, was sich die Grünen erlauben, welche Personalie, die sich da ins Boot holen, wie Gelder ausgegeben werden, wie Ideologien hier forciert werden, wo man sich denkt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und dann merkt man, doch, das ist so und die meinen das auch noch ernst. ist, viele und wenn wir jetzt wieder zum Corona-Thema zurückgehen, viele Experten sagen, ey Omikron, wie eine Grippe, interessiert ja keinen, knallhart wird das durchgezogen, die Entdeckerin wird unter Druck gesetzt von Staatschef, sei ja still, sag ja nicht, wie harmlos Omikron ist, wir wollen unser Spiel weiter durchziehen und das macht mich heute wieder mal fassungslos wenn man diese ganzen Tickermeldungen sieht und da kann man nur einfach ganz tief Luft holen, atmen, inhalieren und sich denken, es kommt alles ans Licht und dann wird abgerechnet. Am Ende wird immer der Strich unter die Rechnung gemacht, aber damit durchkommen ich glaube es mittlerweile nicht mehr, denn so naiv kann doch gar keiner sein, das jetzt alles noch so für gut zu befinden und ja ich meine diese ganzen Menschen, die sich auch noch siebenmal boostern lassen würden. Ich habe heute einen Fußballer gesehen, der hat über Corona geschimpft, Erstligist glaube ich, Erstligist, ich nenne den Namen jetzt mal nicht, alles so schlimm und ja, er hat sich jetzt auch geboostert und aber er findet es kacke und jetzt kommt ja der neue Omikron, aber er ist kein Impfgegner, aber ihn interessiert es nicht. Ja, genauso ist es leider bei vielen, sie interessieren sich nicht und sie machen es einfach und laufen da so rum, ohne sich mal wirklich zu informieren, Informationen zu holen, sich mal Gedanken drüber zu machen und jetzt ist es so, wir versuchen ja wirklich jeden Tag die Informationen zusammen zu fassen, hinzulegen, dass die Leute sagen, okay, ich schaue mir das jetzt mal an und ich bitte auch wirklich da draußen, teilt diese Videos, damit die Menschen nachdenken, ich weiß, alle von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern machen sich immer ihre eigenen Gedanken, das sehe ich auch im Telegram-Kanal, aber wir brauchen noch mehr, wir müssen einfach da draußen die Menschen erreichen, die sich sonst, die lassen sich sonst noch zehnmal boostern und denken, das ist alles normal und verstehen es gar nicht, es muss jetzt einfach mal klar sein, das stimmt doch, das stimmt doch was von vorne, wir sind nicht, entschuldigt heute diese klaren Worte, aber das ist ich, da könnte man raus, wo kein Fenster ist, so, jetzt aber gut, Luft holen Omikron-Entdeckerin wird unter Druck gesetzt von den Regierungen, damit sie ja still ist und nicht verrät, wie harmlos das ist, das allein sackt eigentlich alles aus und das allein muss und zeigt uns auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, das zeigt uns auch, dass es gut ist, was wir tun und es zeigt uns auch, dass wir weiter dranbleiben, stark bleiben, standhaft bleiben, denn die Lügen werden aufgedeckt, es wird immer mehr, auch der Herr Drosten kommt in Bedrängnis mit der Wuhan Variante, wo kommt es denn her und ich denke auch da wird einiges passieren und man muss jetzt einfach denen diese genau, diese rote Linie zeigen, ganz einfach, rote Linie, das ist der Stichpunkt, rote Linie und die ist ja weit, weit, weit überschritten, so, teils, like, kommentieren, versachlich, konstruktiv, ich freue mich über eure Kommentare, wenn ihr Anregungen habt, ihr wisst, E-Mail free truthmedia.gmx.de, denkt an die Buttonaktion, sau, sau wichtig, es ist einfach wichtig zu sagen, so ist mein Standpunkt und an dem bleibe ich, weil ich eben Informationen habe oder mir Gedanken gemacht habe oder alle Informationen gesammelt habe und daraus mir die Gedanken gemacht habe und dann meinen Entschluss gezogen habe und und ja, was ist noch ganz wichtig, ja das Wichtigste überhaupt, hey, danke an alle free truthmedia Abonnenten und diejenigen, die uns unterstützen, das ist mega, ich danke euch dafür oder wir danken euch dafür und wenn auch du uns unterstützen willst, schau in die Kanalinfo bei YouTube oder Odyssey, wenn es Fragen gibt, fragt einfach nach, aber es geht nur mit eurer Unterstützung und dafür möchte ich mich bedanken und ja, auch eure tollen Kommentare und Feedback. So, jetzt Luft holen, ihr wisst, was an der Stelle kommt, wir sind viele, wir werden immer mehr, ich merke das und das ist auch wichtig und damit wir noch viel mehr werden, sprecht mit Menschen, verteilt Informationen, bleibt sachlich, bleibt konstruktiv, aber bleibt konsequent. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder hier bei free truthmedia, euch noch einen schönen Abend, euer Dirk. .